Da, aber hier haben wir ein Schweinchen, oh nein, guck mal hier, ein Edgar. Hey, ho Leute und herzlich willkommen zurück zu Unturned und ja, ich bin immer noch alleine, ne, weil, äh, der Yannick halt, äh, gerade einfach keine Zeit hat, das verstehe ich auch, ich, ähm, sag ja nicht, wow, fuck, 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 oh nein, 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 Achtung, wow, oh fuck, 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 das ist jetzt voll doof, oh oh, oh oh, so, komm, hier durch, jawohl, 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 so, hab ich ausgedrückt, ab nach unten, oh, die Folge geht schon mal direkt, super, 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 oh nein, fuck, 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 schnell, mach den jetzt, nein, fuck, 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 der kommt jetzt von hinten, okay, der eine ist gekillt, der eine ist gekillt, oh nein, 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 ach nö, ist ja mal wieder voll zum Abdönern, okay, äh, Baja, dass es direkt so abgeht, hätte ich nie erwartet, so, Achtung, okay, wir laufen jetzt hier entlang, drehen uns mal fest um, das sind zwei Zombies, das sind zwei Zombies und das ist, äh, irgendwie blöd, ne, so, äh, 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 mal gucken, wie lange die mir noch hinterher laufen wollen, Weil, äh, ja. Ja, ne. Okay, ist ja jetzt langsam mal wieder gut hier. Och, Mann. Kann ja wohl nicht wahr sein jetzt. Es ist aus. Und vorbei. Ich gehe da jetzt allzeitlich, ohne Witz, Leute. Ich glaube, ich sterbe. Weil, guckt euch mal mein Essen und mein Trinken an. Das ist einfach wieder mal voll. So. Geh ins Wasser. Hä, seit wann könnt ihr schwimmen? Ach, na, gut. So. Ähm, zum Glück nehme ich gar nicht. Okay, ich habe einfach nichts hier, gell? Nichts Nützliches. Was ist das? Plant for Iron Size. Okay. Also jetzt stehen die direkt da. Warte mal. Machen wir das so. Und gehen hin und machen. Kapatt. Oh, nein, 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 nein. Wollen wir machen, äh, äh, fuck, 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 doch, nee, ey. Riesen Mistviecher. So. Genau, und jetzt rennt bitte wieder weg an Land und lasst mich einfach in Ruhe. So, okay. Oh, Mann, ey, Leute, das ist echt, äh, ja, immer so, ja, ich brauche jetzt was zu essen, ne? Äh, wir kommen hier jetzt am besten rein. Oh, am besten von da vorne, aber das sind so viele Zombies. Ich sehe hier nirgends einen Helikopter oder sonst irgendwas. Das wäre nämlich zu schön, um wahr zu sein, glaube ich. Oh, Mann, Leute, ich habe übrigens, äh, für mich, äh, mich entschlossen dazu, dass es dann eine kleine Unturn-Pause gibt und dass dann, ähm, andere, ein anderes Let's Play kommt. Und da freue ich mich auch schon drauf. Der Grund, warum, ich will einfach so viel Abwechslung wie möglich haben und nicht ständig immer wieder dasselbe zu haben. Also, ich meine, ich habe jetzt Craft Attack, da versuche ich auch Abwechslung reinzubringen, aber es ist ein Minecraft-Projekt und es ist auch im Prinzip immer dasselbe Spiel. Aber ich will, ähm, mich nicht von einem Spiel komplett abhängig machen, ne? Ähm, deswegen, äh, wird Unturns, äh, jetzt erstmal dann wieder, ich sag mal, pausieren. Aber freut euch drauf, es kommt nämlich ein Spiel, was, äh, auch im Kino gerade erschienen ist. Also, ich glaube, heute ist der Release-Tag oder ist, er ist schon angelaufen. Ne, der ist letzte Woche schon angelaufen, der Film. Oh, ne, letztes Mal waren hier noch voll viele Autos. Egal, jetzt ist gar kein Auto mehr da. Okay, warte mal, wir gehen mal hier hin und hauen ihn weg. Bam. Im Flughafen gibt es eigentlich... Oh, ne. Und zack. Und zack. Okay, gut, er ist weg vom Fenster. So, Essen suche ich eigentlich nur und trinken, aber hier liegt von keinem etwas rum. Okay. Okay. Ich will eigentlich nur zu diesem Auto. Was liegt hier rum? Cobra-Magazin. Warte mal, ich wähle mal das jetzt aus. Okay, ich könnte mir jetzt, äh, das Ganze ganz schwierig machen. Warte mal, ich drücke mal X. Dann kann ich in die Hocke gehen und schleichen. Ich will nämlich zu diesem Polizei-Auto. Aber es ist mir echt zu gefährlich, deswegen schleiche ich hier entlang und hoffe, dass nächste Folge der Yannick wieder mit dabei ist. So, okay. Alles in Ordnung soweit und... Gut, schön brav. Alles gut, alles gut, alles gut. Der Nächste. Oh, fuck. Scheiße. Cut. Und cut. Ciao. Gut, der ist weg. Und der hier hat es zum Glück nicht gerafft. Tschüss. Wie viel ist da noch drin? Okay, wie komme ich jetzt hier am besten raus? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, gut. Wow, wow, wow. Wow, was ist jetzt gerade los? Gut, okay, wir haben es überlebt. Wir brauchen aber etwas zu essen. Oh Mann, Leute. Es ist echt krass. Und ja, es ist eigentlich kein wirkliches Battle gewesen, ne? Weil die anderen Teams eigentlich nie wirklich auf dem Server sind, beziehungsweise weil die halt immer, also keine Ahnung, guckt mal bei Daros vorbei. Der hat nur sechs Folgen hochgeladen. Das ist kompletter Bullshit. Und es war nicht abgesprochen, dass wir das so machen. Aber was will ich dagegen tun, wenn es die Leute einfach nicht, sich nicht dran halten? Was soll ich machen? Sie rauswerfen, dann ist das Battle ja sofort vorbei. So. Such essen, ne? Okay, warte mal. Ah, am Strand gibt es vielleicht trinken. Weil da gibt es ja immer diese, ähm, Dingens da. Ähm. Warte mal. Hier diese Strandbare. Also Strandbare. Was labere ich? Diese Strand, ähm, da, da, da ist halt so ein Liegestuhl, ne? So. Und da gibt es alles mal einfach Getränke. Und die will ich mir versuchen mal zu gönnen. So, Achtung. Da, da steht zum Beispiel eins. Oh ne, jetzt habe ich alle zwei an der Backe. Und, 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 oh Mann. So, okay, alles gut. Ich dachte, ich sollte mal wieder skillen. Und ich werde jetzt einfach hier bei Overkill alles reinpushen, was ich habe, damit ich mehr Schaden mache. Weil, ja. Einfach, weil ich will. So. Oh, der hier ist sogar noch sehr gut. Der, der Trank. Der, der Trank. Äh, ja. So. Oh. Rettung. Jetzt bin ich wieder bei 27%. Könnte aber noch mehr gebrauchen. Steht hier noch was rum. Und, äh, 17%. Mist. Ja, komm her. Und, pam. Und, pam. So, der ist weg vom Fenster. Sehr schön. Hier ist noch ein liegender Zombie. Aber hier ist kein Getränk oder so irgendwas, ne. Schade, eigentlich. Oh. Falsches Timing gehabt. Und, zack. Gut. Oh. Ist er tot? Ne. Oh, Mann. Scheiße. So, jetzt aber. Oh, Mann, ey. Alter, ich bin so gut wie tot. Ah, Mann, ey. Ich verhungere oder sonst irgendwas. Was ist das? Aber das trinke ich jetzt auch noch. So. Zack. Zack. So. Mann. Jetzt brauche ich die Bären. Ich bräuchte Bären oder so. Gibt es hier keine Bärenbüsche oder sowas? Ist eigentlich echt schade, ne? Ist das ein Bärenbüsch? 12%. Hier gibt es nichts. Keine Bären. Gar nichts. Leute. 12%. Oh, Mann. Mann. Gott. Es ist mein Todesurteil, Leute. So, ich fahre jetzt mal hier offroad. Einfach, um Bären zu finden. War das ein Bärenstrauch? Glaub nicht. Warte mal, wir düsen mal hier lang. Es sind hier irgendwo Bären. Da, guck mal. Ist das hier ein Bärenstrauch? Weil manchmal werden die Bären gar nicht wirklich angezeigt. Ne, okay. Dann gehen wir hier weiter. Komm mal da hoch. Scheiße. 10%? Alter. Ich bin so gearscht. Oh nein. Oh nein. Da hinten sind das Bärensträucher. Da. Da ist. Warte mal. Ich schleiche mich da jetzt mal an. Erstens, mal gucken. Ist das ein Bärenstrauch? Ne, leider nicht. Aber jetzt gucken wir mal hier. Da. Oh nein. Das ist weggerannt. Das ist schade. Aber hier haben wir ein Schweinchen. Oh nein. Guck mal hier. Ein Edgar. Bleib hier. Oh Mann. Dumme Viecher. Ah, da hinten ist es noch. Komm her. Ich hab noch zwei Schuss. Auf X. Anschleichen. Du müsstest doch jetzt einfach knallhart verrecken. Oh nee. Ich hab's noch mal getroffen. Scheiße. Leute. Ich bin, ich bin gearscht. Ich werde knallhart verhungern. Ich hab's noch mal nachgeladen. Warte mal. Und hier irgendwo gucken. Vielleicht gibt's da noch einen Bärenstrauch oder so. Oh Mann. Das ist echt blöd. Ach, vielleicht in der Farm. Gibt's da vielleicht was zu essen. Komm schon. Braucht nur Essen. Essen, Essen, Essen. Komm schon. Ich schleiche mich jetzt hier an. So, der ist weg. Hallo. Komm her und mach. Ups. Oh fuck. Was hab ich jetzt noch? So, der ist weg. Ach, von oben einer. Komm her. Und. So, tschüss. Ich will nur Essen, Mann. Verdammtes Essen. Ist hier oben irgendwo Essen? Nee, hier liegt gar nichts rum. Aber zwei Traktoren. Oh, der hat, nee, der hat Dünger getroffen. Nein, fuck, fuck, fuck. Und nochmal, komm. Bam. Okay, gut. Dünger nehmen wir jetzt mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier, den Dünger aufnehmen. So. Zack. Und dann gehen wir ins Inventar. Und pflanzen hier diese Dingses auf. Und rüsten uns mit dem Dünger aus. Oh Gott, ey. Hier. Jawohl. Wir können es ernten, ne? Und wir können essen. Oh. 18% wieder. Nice. Habe ich vielleicht, wurden zwei gerantet? Nee. Oh, was habe ich denn hier noch? Oh, trinken. Oh, das ist auch gut. Oh, geil. Oh, oh, nice. Okay. Jetzt brauche ich nur noch Essen, ne? Habt ihr hier drin noch was zu essen? Komm. Hier ist ein Farmer-Top. Da ist ein Hut. Kann ich noch Bandagen raus machen. Da ist auch noch was. Oh man, ich kann jetzt noch einen Batzen Bandagen machen. So nehmen wir. Oh nee, verdammt. Dann machen wir mal gerade ganz fix hier. Zack, 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 zack. Und zack, 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 zack. Okay, und ich nehme direkt schon mal ein paar Bandagen, weil mein Ding ist ja, haha. So, gut. Okay, jetzt bin ich fast wieder bei 100%. Oh mein Gott, ey, tu das gut, gell? So. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. Und machen uns direkt hier auch nochmal das da und das da. Und dann wieder hier. Zack, 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 zack. Okay, gut. Mann, Leute. Okay, hier ist ein Arrow. Gibt es hier ansonsten gar nichts zu essen? Mann, Leute. Wir sind einfach hier komplett gefickt, sage ich mal. Richtig gearscht. Oh nö. Ein schneller. Und bam. Aua. Verdammt, verdammt, verdammt. Okay, okay, okay. Das war einfach. Einfach jetzt weg. Hier. Oh man. Da hinten ist wieder die Burg. Oh, da kann ich Bären holen. Oh, und dann könnte ich da essen. Oh, 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 oh. Fuck. Okay, wir schwimmen da rüber. Nein, Traktor, du schwimmst nicht mit. Ich gehe jetzt noch rüber auf diese Insel. Und dann beende ich die Folge hier. Oh man, ey. Mit dem Hunger ist es halt echt knapp. Und ich hoffe, dass Yannick bald wieder kommt. äh, kommt. Das wäre nämlich arg schön. So. Dann würde ich nämlich sagen, Leute, ähm, ja, das war's dann so langsam. Ah, ist die Insel noch so weit weg? Ja? Ja? Leute? Okay, nee, es geht. Dann war's das mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Euer Basti. Tschüss.